Mein Name ist Abdullah, ich komme aus Afghanistan. Ich war seit zwei Wochen im Griechenland, weil ich war in Deutschland schon. Letztes Jahr Deutschland hat mich nach Afghanistan abgeschockt. Deutschland hat gesagt, Afghanistan ist ein sicherer Land. Aber wirklich ist Afghanistan kein sicherer Land. Jeden Tag viele Terroristen kommen und viele Leute gestorben, viele Familien sind kaputt geworden. Wir haben überhaupt keine Sicherheit zum Leben in Afghanistan. Bitte, alle Urub müssen uns helfen. Nicht, wir kommen in Urub wegen Hilfe. Wir haben kein sicherer Land. Jetzt seit zwei Wochen bin ich im Griechenland. Griechenland ist ein Land von Urub. Er hat gesagt, zu uns Hilfe. Aber was für Hilfe bekommen wir uns überhaupt nichts. Wir sind jetzt seit zwei Wochen im Wald schlafen. Kein Platz zum Schlafen. Jeden Tag, wenn kommt Riechen. Wir haben Probleme und keiner hier hört uns, was wir brauchen. Wenn wir sagen, ja wir haben solche Probleme. Griechenland sagt, wir zu euch haben nicht gesagt, euch muss kommen hier. Wir haben keine Karte zu euch geschickt. Wenn euch haben Probleme, muss wieder gehen auf sein Land. Bitte, bitte alle Urub müssen das hören und uns helfen. Schauen Sie, viele Leute ist hier keine Hilfe bekommen. Vielen Dank. Bitte.